Okay, 3, 2, 1, go. Digger, Tobi, bist du schon raus? Hast du die Aufnahme gestartet? Ja, habe ich schon. Och, Digger. Okay. Hi, Jungs, hi. Wir sind wieder. Hi, euer Lieblingsteam. Ich habe zwei Diers gefunden. Ich habe noch ein, ich habe drei Diers. Ich habe vier Diers noch gefunden. Digger, was ist denn hier? Wieso haben wir so viele Diers? Ich glaube, die Rates ist doch falsch eingestellt worden. Ich glaube, die wurde auch schon höher gemacht. Ja, das würden wir auf jeden Fall nicht melden. Nee, aber... Könnte sein, dass die getrollt haben. Ich habe 40 Arsen, ich habe 40 Ar... Ich habe noch mehr Arsen. Holy shit, wie groß ist die Vayne? Ich trenne. Slash scoreboard. Was deaktiviert worden. Oh, jetzt hier ist Keys. Ich hasse Keys. Ich halbe, ich halbe, ich halbe. Huge. Ne, nicht. Ich habe Angst, dass ich da rein trage. Eine Steinpicker, aber nur alles gut. Äh, habt ihr noch ein bisschen Holz dann? Ich habe ein bisschen, ja. Äh, wir können gleich enchanten, by the way. Stimmt. Hab laver, hab laver, hab laver, hab laver, hab laver. Wait, wir können enchanten. Wir können in Folge 2 enchanten, Junge, was? Ja, Digga. Was seid ihr schon wieder so hektisch, Digga? Ich bin nicht hektisch. Nein, wir freuen uns nur, wir freuen uns. Ihr seid beide hektisch. Nein, wir freuen uns nur, Jaden. Alles Pico-Empie. Ich habe über einen Stack Dings schon. Dias. Das ist für dich geisteskrank, Jungs. Wie viel Giers haben wir jetzt insgesamt? Ich habe 3 im Inf. Ich habe nur mal Gold gefunden. Ich habe 11. Ich fühle mich, ich fühle mich wie Basti und Farbe in Zeiten 3. Ja, hier meine ich, Zeiten 4. Das ist schlecht. Ich habe noch Eisen nochmal. Wie lange geht die Folge eigentlich jetzt? 5 Minuten. 5 Minuten? 15, 15, 15. 5 Minuten Baro Folge, let's go. Jungs, ich habe mir jetzt ein Chestnut in der Hose gemacht. Das ist okay, oder? Mach ich jetzt auch. Wenn ich es melde, ich muss es melden, habe ich komplett vergessen. Wo ist denn das Wasser da? Irgendwo Wasser. Wait. Das ist eine Big Quelle. Ich sneek mal, sneek mal, sneek mal. Ich habe Wasser. Ich glaube, es könnte sein, dass ich mich verschaut habe. Ich glaube, ich habe einen Namen gesehen. Das heißt Tobi. Das war nicht Tobi, das war in der Richtung. Das war in der anderen Richtung. Ich mache einfach schnell noch den Test. Oh, fuck. Das ist die. Ja, scheiße. Habe ich so nervös als ich sein? Ich renne jetzt kurz zurück und mache Dierschwerter. Nein! Entschuldigung. Wobei, ich vergesse, ich bin dumm, sorry, Digga. Hä? Wir haben genug. Können wir Dierschwerter machen? Wer läuft so gescheit, oder nicht? Soll ich mit dicken Dierschwerter machen? Das Eisen, wieso? Lass dir das Eisen dort liegen. Wait. Wie viel Diers hast du? 11. Ja, mach, mach, mach Schuhe. Wir haben 11 Diers. Das erste, was dir anfällt, sind Schuhe. Ich müsste jetzt eine Hose machen direkt. Du hast 11, Jakob, wie viel hast du? Ich habe 3. Okay, dann gib mir Dierschwerter ein. Ich bin halt die fürs Ding drauf. So. Da haben wir jetzt. So, zwei. Das sind alle. Gib mir halt zwei. So, aus dem machen wir ein Schwert. Und das Ding kannst du machen, was du willst. Okay. Er macht aber, aber Teil auf. Er macht, mach, mach, mach. Mach ne Dings. Mach mal ne Hose. Das ist schon zu spät. Hast du gemacht? The chest? Ah, okay, ist okay. Ja, okay. Ist gut. Ist gut, ist echt gut. Das musst du mir sagen. Ich brauche mich jetzt in die Richtung weiter. In der Richtung, da war ich fett. Hey, Tobi. Ja? Komm mal. Wollen wir den Charter schon machen? Ja, können wir machen. Yes, oh mein Gott. Man könnte denken, ich habe X-Ray. Digga, sag das nicht und senkt dies wirklich. Digga, du weißt schon, dass wir die Aufnahme haben. Ja, geht doch, das Glück geht aus. Irgendwie ist es auf 2. Ich wurde wegen Speed gebannt, obwohl ich ein Speed hatte. Ja, komm. Ja. Hast du was? Was noch mal? Nein. Was? Ich habe was. Ich habe was. Ich habe was. Ich habe was da bei mir. Oh mein Gott, der erlebt nicht in Afrika. Digga, Hals, Maul. Ist die. Ab. Genauso wie das U-Boot. Es wird immer schlimmer, Tobi, wirklich. Ich weiß. Ich weiß nicht. Oh mein Gott. Huda, willst du mich warschen? Willst du mich gleich umbringen, oder? Ey, warte, warte, ich will dir was in dir drin. Das stirbst du nicht. Damit du mich abfuckst, damit. Soll ich euch das Buch dann geben? Ja. Wie viel hast du gefunden eigentlich? Zwei, nur. Egal. Du hast jetzt vier, oder? Ja. Mach die Schuhe. Okay. Wie viel, also wie viel dies hast du noch, Tobi? An. Ja, okay. Okay. Da bin ich Diales. Ich könnte es. Ich könnte es. Ich könnte es. Oh. Ich habe bei mir viel. Ich könnte es. Nein. Digger, es ist viel zu krass. Warte, wie viel sind das? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich habe, oh mein Gott, ich habe vier gefunden. Okay, drop mal die Diers, die du gefunden hast. Digger, fünf. Elf, ich habe auch elf jetzt. Oh, wie heftig. Kannst du mir das Obby droppen, bitte? Äh, ja, sicher, hier. Danke. Weil, dann baue ich aber in die Richtung, glaube ich, es war so direkt. Jungs, Enchant it. So, äh, Jakob, wo bist denn du? Ich brauche mich hier lang, hallo. Gib mir mal deinen Book. Äh, ja. Danke. Traut euch, kommt zu mir. Digga, soll ich jetzt mit dir kommen, mit der, ja, komm. Die deckten sich dann auch was, was, wie, wann, wieso? Deshalb warum? Wer nicht fragt, warum? Digger, also ich. Äh, wo ist der Start? Zwei, drei, vier, fünf. Äh, wieviel Essen habt ihr noch? Äh, ich hab noch Drastix. Haben wir von der Schweiz zu können? Ja, ich hab welche. Basta und Pflanzen vegan. Darum ist er, du hast ihn gefunden. Wo hast du mir das in Schreck getrockt? Das habe ich nicht getrockt. Wie mächtig fühlt sich das an. Oh mein Gott. Ich fühle mich, als ob wir jetzt das Projekt gewonnen werden. Ich will nicht, aber egal. Ey, Folge 2. Folge 2. So, jetzt haben wir gebrauchen können, die ist mir jetzt gar nicht mehr stuff daraus machen. Habe ich schon erwähnt, dass das hier Folge 2 ist. So, Hose und Dir, Schwert. Danke. So, Jungs, ich hab jetzt Full Armor. Weiß ich nicht. Wenn ihr zermuckt, ich hab's noch. Schatten ist schwer, easy, instant. Ich bin immer noch, ich gucke hier immer noch mit meinem Stein Schwert rum. Ich fühle mich, ich fühle mich, ich bin immer traurig, dass Dings tot ist. Als First Blood, Rockstar Waffel, First Blood, ja. Der, der geht jetzt wahrscheinlich in Rise of Kingdoms. Ich mein, ja. Digger, der arme, mobbt den doch nicht. Er geht in die Rise of Kingdoms Lobby rein. Ich stelle mir eben noch vor, dass ich einfach, weil du dich YouTube schwarzst. Wo ist der? Wo ist der? Darf ich, darf ich, darf ich entschanden? Darf ich entschanden? Mama! Gleich, gleich, gleich. Wow. Das hat very gut funktioniert. Ist ne Fackel? Kann ich da nicht, Dings? Wait. Pups! Geh zur Seite. Warum passst du die mit Holz ab? Oh Gott! Junge, oh Gott! oh mein gott na jetzt muss man warten tobi wie für die es hast du tobi dass ihr doch euch gefunden muss ich hab's durch die ist es warte was ach so ich habe jetzt meinen die schuhe gemacht ich habe verwirrt warum meine die jetzt weg waren ich glaube ich mache mit einem helm ich habe wirklich nichts mit dem dialog gemacht sie haben gelogen ich weiß nicht es ist aber anders ja aber halt aus der wand kam das was ich gerade ist als ich gerade das glück meint habt ja gut ist noch mehr auf nicht sterben bitte ich mich wieder braucht da kann auch lave aus der wand aber ein creeper halt auch da naja ist nicht so schön ich habe ich das was dir gerne kannst du nicht machen ich finde ich so krass und beim dia schwerten das ist unnormal ja wir werden jetzt schon ja einfach benutzen es wird sich so kurz an es fühlt sich so absolut kurz an wir schon zehn minuten auf und ein paar sekunden ich habe ein stück angefunden das ist der von toki und mir herrscht ich werde wahrscheinlich die helligkeit der aufnahme höher stellen müssen ich habe noch mal eisen jungs wissen absolut steckt wissen das beste geht hier ist wie viele das war nur drei ich bin das nicht jungs jungs wichtige wahren regeln nie mit hauptschwert schlagen ja sollte machen wir kurz ein fünf schwert ich pack noch das eisen hier in den ofen wollen wir uns kurz mieten haben ich habe ich nicht ich habe 24 da mache ich eine kiste ok ja jetzt habe ich schon zwei gemacht sagt schneller ich denke schneller ich denke schneller ich mache schön das habe ich auch gesammelt behalten kann ich behalten ich habe noch ein tier dann können wir uns zwei helme machen Nein, weiter nicht. Nee, komm, bau einfach Schuhe. Wart mal nicht lieber auf Helm, weil, Digga, Schuhe bringen ja überhaupt nix. Komm, bau kurz nen Gang rein, das ist ein Leder-Safe. Am besten einer von uns. Nee, komm nicht hier, hier ist scheiße. Hier ist unser Hauptpens. Ich hab hier so nen fetten Gang und wo baut sich Tobi rein? Er hat gesagt hier hin an. Er hat... Leo, du hast Flitschi gesagt hier hin an. Willst du gar barschen? WLAN! Oha! Scheiß auf Asen, Digga, ich piss Asen. Schade, weh auf die... Lagut ist auch tot, was? So, hab ich da mal genug Revel gefunden? Aber Peter! Ich baue mich hier mal rein. Tobi, kommst du, kommst du, Tobi? Oh, das ist so, du hast so gefangst, wegen Helm, das ist so. Hier könnten viele Dias lost sein, deswegen gehe ich hier mal rein. Das ist lustig, weil das Projekt ist losleben. Witzig. Hä? Was passiert hier? Wieso sterben so viele? Neostan, Yuki Raiders? Wait, nein! Jäger! Heimbräck schon tot, wir kriegen in die Kiste noch mehr auf. Oh, Gold. Dein Namensväter ist tot. Nein. Noch mehr Eisen. Ich hab mir das Gefühl, Gold ist selten nah als dir aus. Weil du, Tobi, du musst ein bisschen warten mit draufgeschautern, damit wir als du willst da jetzt zusammenschauen, okay? Wir machen dann immer Counter und dann schauen wir drauf. Meine Picke ist noch mal kaputt gegangen. Ja, ich brauche jetzt keine neue. Weil ich auch kein Holz mehr hab. Hätten wir haben das jetzt richtig krass gefunden, dann kommt die Pro-Spiel. Mein Held. Ist das nicht krass, das mit dir ist? Oh, bin gekickt. Oh, Mann. Aufnahmezeit ist Wapper frei. Bei mir noch nicht. Warte noch, Tobi, warte. Tobi, warte, Tobi, warte. Nichts machen. Okay, Jungs. Das war's. Tschüss.